Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs, ich bin Vincent und wir sind diesmal auf der Mission, diesmal nicht Kampagne, das werden wir gleich machen, erstmal machen wir, oh scheiße ich bin zum Falschen gefahren, da müssen wir hin, na gut dann fangen wir doch nochmal schnell hin. Das da wollte ich eigentlich machen, was ihr da auf der Karte seht, das rote mit dem Sperrgebiet, aber es war das Falsche leider, ich versuche, diese geile Karre hier, versuche ich zu, äh, Heide zu halten, also ganz vorsichtig hier mitfahren, also so gut wie es geht, ne, man kennt das ja, in GTA zum Beispiel, man will, äh, ganz vorsichtig mit einer Karre fahren, weil die richtig geil aussieht und am Ende macht man einen Fehler und dann ist das alles scheißegal, weil die Karre gibt sowieso tausendfach in, unendlich, in diesem Spiel. Ach ja, im Übrigen, oh, oh, kein Kratzer, nicht ein Kratzer. Zwei Kilometer müssen wir nochmal fahren, können wir mal die Musik wechseln. Ich hab auch übrigens herausgefunden, wo man hupt, man zwar verallt. Ja, sozusagen, muss man mit dem Daumen hupen. Aber noch kein Kratzer, ah, eine Beule. Au, au. Huch. Nichts passiert. Nur ein, zwei kleine Beulen, dann macht er nichts. Und ich, äh, hack jetzt übrigens nicht mehr alles direkt, also wenn ich jetzt eine Ampelserie oder eine Brücke nicht sofort hacken, das kann ich noch hacken. Das könnt ihr euch noch durchlesen. Ist ja ganz lustig. Oh. Seid da einmal nicht aufgepasst, schon bockt man einen Unfall. Also schon kommt man aus der Kontrolle. Ich hab nämlich gerade mein Mikrofon nochmal, wow. Neugerichtet. Und die Karre find ich ziemlich geil, weil sie so fett ist, ja. Richtig fette Karre. Ich find so, so ne Karre geil. Obwohl ich, ähm, mein Traumauto ist zwar ein 3er BMW. Jetzt sagen manche bestimmt, oh, BMW, i, Alter, kauft ihr auch einen VW, ist so viel geiler. Nein, VW ist scheiße. Sorry, wenn ich das jetzt sage, aber ich mag VW nicht. Ich mag einfach, genauso wie Jack Wolfskin, ja. Es tragen so viele Leute Jack Wolfskin. Deswegen mag ich das nicht. Ich war mal, vielleicht kennt ihr das Klimahaus in, äh, ähm, wo war das? Irgendwas mit Hafen. Nö, nö, nö. Cux, Cuxhaven? Irgendwo, irgendwo sowas mit Hafen. Auf jeden Fall ist da das Klimahaus. Das ist ziemlich geil und, äh, oh, äh, Moment, eine Sekunde. Ich muss eben mal meine, äh, ach, ja, nein, komm schon. So, meine Uhr abmachen, weil die stört mich grad ein bisschen. Moment, da ist noch ein ATM. So, können wir noch ein paar Leute hacken. Oh, stimmt, scheiße. Hier kommen wir erst ja noch nicht. Müssen wir erst mal in CTOS reinhacken. Ich bin dran. Junge. Ja, wo war ich? Ach ja, genau. Und BMW sieht man halt nicht so oft wie VW. Ähm, ja. Alter. Scheiße, Mann. Die kennen mich jetzt alle schon. So. Ähm, ja, und deswegen kaufen wir halt ein BMW, oder holen wir einen BMW. Halt nicht direkt, wenn ich Student bin, aber halt vielleicht danach. Aber. Noch ein paar Bankdaten hier. Vorsicht. Geld scheint hier kein Mangel zu sein, wie ich sehe. Das ist okay. Wir können das mal mit den Kameras machen. Oh, wir haben noch sechs so eine Dinger. dann machen wir das mal auf... Ähm, was ist das? Nee. Wo haben wir denn... Hier, ne? Fokuspunkte verbessern. Ja, das klingt doch... Ja, das klingt doch... Klingt gut. Dann machen wir was das. Das Sprinten ist auch bestimmt noch nützlich. Oh, scheiße. Jetzt ist mir mein... Headset, äh, meine Kopfhörer runtergefallen. Das ist mir... Oh. Drugs. Drugs, baby. Drugs. Okay, wir müssen hier... Ah, übrigens... Oh. Ich hab jetzt den Silencer... Ja. Ich hab das jetzt... gefunden, wie man das machen kann. Wie man den bekommt. Ich hatte den schon die ganze Zeit, aber ich hab nicht gemerkt, dass man, äh, hier auch nach links und nach rechts kann, ja? Also... War da wenigstens mal wieder schlau, ne? What? What, 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 what? Junge, Junge, Junge. Gibt's denn hier auch irgendwo... Nein, 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 nein. Alles gut. Alles cool, alles cool. Ja. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Wunderbar. Scheiße. so hart durch die Wand gekehlt Alter Junge, der hat mal fette Granate geworfen Scheiße Fuck Fuck, 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 fuck Können wir auch zum ATM? No Lass ich fallen Fallen lassen Wenn ich Spurst Spurst, Spurst, Spurst Ja, ich kann die Sprache sprechen Aha Jetzt ist der Tod Da war Leute zu Leider dafür zu weit weg So, noch ein paar Markieren, markieren, markieren Oh ne, jetzt heute nicht Da die Kamera wollte ich Hallo? Na dann die So Wir müssen hier noch irgendwo Der hat noch ne Kamera Wir sind ein paar Ja, jetzt Wir sind ein paar Juhu Ja, jetzt Wir sind Hier Wir sind Scheiße Okay, drei Schüsse brauche ich Da darf ich nicht sehen, Mann Ich brauche wieder Dingensens Äh, hier, wie heißt das Na Bitte erstmal, wie viel die aushalten Oh Schauen Soll ich einfach mal rumballern Was habe ich denn hier Wir brauchen hier mehr Leute Wir sind vor Ort Leu Fuck Leu, der kommt ja hoch Oh Gott Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen Scheiße, meine Deckung geht kaputt Ah ja Blablabla Zu wollte ich es machen Arsch Was? Ich kann mit dem Auto, du bist in der Büsche fahren Aber da kann ich nicht machen Wenn du jetzt rauskommst Verspreche ich dir einen schnellen Tod Ziel sitzt in der Falle Da kommt der Fast auf Ich gebe Deckung Das Spiel ist aus Das Spiel ist aus Das ist aber Das ist Ja, das ist Nie Was, ihr wollt mich nageln? Das könnt ihr vergessen. Kommt euch hoch, Mann. He 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 he. So, der letzte Typ, den... ...schlag mir mit Mr. Lancer. Er bewegt sich! Ah! Na, was geht? Haha. Damit haben sie nicht gerechnet, ne? Anlocken Bäume mehr. So, jetzt noch unser geiles Minispiel. Ach, wo wir jetzt gelernt haben, wie das geht. Loi. Fuck, Mann. Scheiße. Scheiße. So, dann geht's nach da. Dann ist es so. Es geht nach unten. Dann muss ich das da hoch. Dann habe ich das hier. Dann kann ich das... ...so machen. Und da habe ich dann eins. Und... Perfekt. Bitte alles mal hacken. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? CTOS. Ja, die spechern das hier. Ohne Scheiß. Ich frage mich echt, was die mal damit vorhaben. Das ist... ...ein interessantes Spiel. Wahrscheinlich hat es noch so eine richtig krasse Wendung, dass wir beim CTOS beitreten oder so. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Toll. Kann ich gleich jetzt mal sauber machen. Ja. Übrigens, äh, ne? Mir ist gerade... Wer es nicht mitbekommen hat... Wie sollt ihr auch das mitbekommen? Ihr seht das ja gar nicht. Ah ja. Hehehehe. Mir ist gerade, ähm... Scheiße. Ich habe hier immer so eine Ablagerung, wo ich meine Flasche hinstelle. Und, äh... Ja, sagen wir... Ich habe sie gerade mal da rein. Ich habe sie da reingestellt. Die ist runtergerutscht, weil sie sich ja nicht festhalten wollte. Aber das ist halt mein Bett. Und weil die Matratze ein bisschen zu kurz ist. Also wirklich nur Flaschenbreit. Also 1,5 Liter Flaschenbreit. Äh... Ja, habe ich halt meine Flasche da reingestellt immer. Manchmal ist sie runtergerutscht, dann ist sie aber fest geblieben. Irgendwann, ja. Äh... Junge, der lebt immer noch. Ja, und jetzt meine Flasche da unten, äh, unter meinem Bett ausgekippt. Und... Ja. Ne? Kein Problem. Äh, ja, und das muss ich dann gleich mal sauber haben. machen nach der Aufnahme. Aber naja. Scheiße. Fuck, man. Warum? Ah! Oh Gott, Alter. Warum passiert denn das? Ja, mal neue Musik. Juhu. Der Leiche. Einzelkind. Aha. Ey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wenn mein PC geht, wird der gerade übelst heiß. Warum auch... Ah, ja, ich lade gerade hoch. Daran kann es liegen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Äh, äh... Ja. Okay, Leute. Sorry, das geht mal wieder. Gar nicht. Äh! Welch Mord. Oh, ne Scheiß, Mann. Das sind die richtig behindert. Warum? Warum? Alter, Junge, ist... Ah! Richtig heiß, Alter. Richtig heiß. Und ich hab schon einen neuen Kühler. Ja, okay, da wo der Kühler ist, ist kalt. Aber da bei meinem Prozessor und so. Alles übelst heiß. Okay, mein Netzteil ist noch kalt. Die Grafikkarte ist kalt. Ja, da ist es hier, ähm... Meine Festplatte, die so heiß ist. Okay, mach ich die Folge heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Aber wird sie morgen wieder länger. Aber ich sag erst mal... Erst mal! Danke fürs Zuschauen. Ich mach jetzt mein Bett sauber. Unter... Oder besser gesagt, unterm Bett. Oh Gott, leider. Wird hier grade alles nass. Alles. Okay, es wird immer mehr. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.